Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Publikation des Imperial College UK von Riley und Coworkers vor. Es geht um die 13. Erfassung der REACT-1, ein Bericht. Es geht um die Akzellation der SARS-CoV-2-Delta-Epidemie. In England im späten Juni und frühen Juli 2021. Großbritannien befindet sich auf einem steil aufsteigenden Arm der nächsten Welle von Covid-19. Das Zusammentreffen von jüngeren und überwiegend männlichen Fußballfans im Stadion oder beim Public Viewing könnte die Epidemie in den letzten Wochen befeuert haben, wie die aktuellen Daten der REACT-1-Studie zeigen. Das Imperial College London bittet in der Real-Time Assessment of Community Transmission 1, REACT-1, regelmäßig eine Stichprobe der Bevölkerung, Abstriche aus Nase- oder Rachenraum für einen PCR-Test auf SARS-CoV-2 einzuschicken. Die jüngste 13. Runde der Studie vom 24. Juni bis 5. Juni fiel in die zweite Phase der Euro-220. Sie zeigt einen starken Anstieg der Infektionen. Nach vorgestellten Zwischenergebnissen ist die gewichtete Prävalenz auf 0,59 gestiegen, gegenüber 0,15% in der 12. Runde vom 20. Mai bis zum 7. Juni, also kurz vor der Euro-2020. Die Verdopplungszeit der Fälle hat sich von 15 auf 6,1 Tage verringert. Der R-Wert ist auf 1,87 gestiegen, was ein starkes exponentielles Wachstum anzeigt. Ein Zusammenhang mit der Euro-220 lässt sich gleich aus drei Entwicklungen ableiten. Zum einen ist die Zahl der Infektionen vor allem in den jüngeren Altersgruppen gestiegen, in der die Neigung am größten ist, sich anlässlich eines Spiels in Gruppen vor Leinwand oder Fernseher zu treffen. Von den 13- bis 17-Jährigen waren 1,33% aktiv infiziert. Bei den 18- bis 24-Jährigen betrug die Prävalenz 1,4%. Zum Zweiten haben sich die Infektionszahlen in London innerhalb weniger Wochen von 0,13% auf 1,08% mehr als verachtfacht. London ist der wichtigste Austragungsort mit einem großen Stadion, in dem mehrmals zigtausend Fans den Free Lions zujubelten, ohne Masken und ohne den geforderten Abstand voneinander einzuhalten. Der dritte Hinweis ist eine Umkehr der Geschlechterrelation. Waren in der 12. Runde noch 34% mehr Frauen als Männer infiziert, sind es jetzt 31%. Da Fußballfans in der überwiegenden Zahl männlich sind, deutet dies auf ein Ansteckungsgeschehen beim gemeinsamen Wangen und Jubeln innerhalb oder außerhalb des Stadions hin. Britische Epidemiologen sind angesichts dieser Zahlen um eine Stiff-Upper-Lib bemüht. Solange die Zahl der Erkrankungen und der Todesfälle nicht stark ansteigt, wird die Situation nicht als bedrohlich angesehen. Die hohe Impfquote von mittlerweile 86,4% für die erste und 64,6% für die zweite Impfung lässt die Epidemiologen hoffen, dass zumindest schwere Erkrankungen durch die inzwischen dominierende Delta-Variante verhindert werden. Tatsächlich ist die Zahl der Hospitalisierungen mit 2460 und der Todesfälle mit 161 ganz Großbritannien noch gering. Gegenüber der Vorwoche sind die Zahlen jedoch um mehr als 40% gestiegen. Unter den Teilnehmern der REACT-1-Studie, die in der Regel nicht oder nur milder erkrankt sind, ist die Prävalenz bei den doppelt geimpften Personen unter 65 Jahren dreimal niedriger als bei den ungeimpften Personen. 0,35% versus 1,15%. Unter den über 65 Jahren, die in aller Regel doppelt geimpft sind, ist die Prävalenz weiter niedrig. Sie ist aber von 0,06% auf 0,24% und mehr als das Vierfache gestiegen. Die Virologen forderten alle Briten, die noch nicht geimpft sind, auf, dies möglichst rasch nachzuholen. Die Regierung hofft, angesichts der hohen Impfquote vor dem Schlimmsten bewahrt zu werden. Die allgemeine Meinung ist, dass die Bevölkerung lernen müsste, mit dem Virus zu leben und dass strenge Maßnahmen bei einer niedrigen Rate von Erkrankungen und Todesfällen nicht mehr durchzusetzen sind. Weite Informationen und Ergebnisse in dem sehr frei verfügbaren Publikation des Imperial College London im Internet.